Hallihallöchen Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar, ja, kein Internet. Aber ihr denkt jetzt, er wird jetzt sicher nur so herumhocken und zeigen, dass er wirklich kein Internet hat. Nein, denn ich werde ein Spiel spielen, wenn man kein Internet hat. Und zwar, ihr seht hier glaube ich oben diesen Dinosaurier hier. Und wenn man jetzt mit diesem Dinosaurier spielen will, dann muss man einfach nur die Pfeiltaste, die nach oben zeigt, drücken. Und schon taucht euch halt so eine Straße auf. Und ihr müsst halt so über Kaktus springen, was nicht mal so einfach ist. Und das Spiel ist einfach nur richtig guter Zeitvertrag. Ich habe selber gerade erst herausgefunden, dass sowas überhaupt geht. Und ja, ich wollte euch einfach nur zeigen, dass wenn man kein Internet hat, trotzdem coole Spieler spielen kann. Ich werde dann diesem Spiel einfach nur selber einen Namen geben. Ist ganz egal wie. Ich werde es vielleicht Offline-Run nennen. Ich weiß leider nicht. Ja, das Video wird auch gar nicht mal so lange gehen. Ja, geil. Sehr geil. Gut. Ja. Und ja, dann machen wir weiter. Und wie ihr sehen könnt, hatte ich dort oben gerade 212, ich glaube, Punkte. Und jetzt bin ich auf 145 gesunken. Das heißt, ihr dürft echt nicht hier auf diese Kaktusse raufdingsen. Und ja, ich wollte dann einfach nur, boah, ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass man auch ohne Internet sehr, sehr coole Spiele spielen kann. Und ja, ich würde dann mal sagen, das wäre es. Oder nein, ich tue noch ein bisschen so weiterspielen, weil das Spiel halt sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich habe jetzt echt nichts zu machen. Ja, geil. It's me, Mario. Ding. 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 Ähm, ja. Und Leute, ich würde jetzt mal wirklich sagen, das wäre es. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.